Die Customer Journey ist ein wichtiger Bestandteil des Marketings und auch für B2B-Unternehmen unentbehrlich. Durch eine positive und gezielte Kundenreise kann euer Unternehmen einen positiven Einfluss auf die Kundenbeziehung nehmen und Interessenten dauerhaft binden. Eine Customer Journey beschreibt verschiedene Phasen und Tätigkeiten, die potenzielle Kunden vor und nach dem Kauf durchlaufen. Auf dieser Kundenreise informieren Sie sich an unterschiedlichen Kontaktpunkten, auch Touchpoints genannt, über das Produkt oder die Dienstleistung. Jeder Touchpoint bietet die Möglichkeit, mit den passenden Informationen die Abschlusswahrscheinlichkeit zu beeinflussen. Das Ziel der Customer Journey ist es, dass Interessenten ihre Reise erfolgreich abschließen, also etwas bei dir kaufen. Die Customer Journey im B2B-Marketing ist in fünf Phasen unterteilt, wobei du in jeder Phase überlegen solltest, vor welchem Problem deine Kunden stehen bzw. welche Fragen du für sie in dem jeweiligen Abschnitt der Reise beantworten solltest. Ziel dieser Phase ist es, dass euer Unternehmen Bewusstsein für euer Produkt oder eure Marke schaffen sollte. Interessenten werden auf ein konkretes Problem oder Bedürfnis aufmerksam und beginnen, nach Lösungen zu suchen. Es gibt also ein konkretes Problem und eine Zielvorgabe. Das Ziel der zweiten Phase ist, beweise Kompetenz und Expertentum zum richtigen Zeitpunkt. Hier geht es um die Suche nach Informationen und Anbietern, um ein konkretes Problem zu lösen. Der Interessent hat ausgiebig recherchiert und eine Übersicht an Lösungen und Anbietern erstellt. Anschließend bewertet und vergleicht er nun die Liste und selektiert geeignete Lösungsansätze. Nun ist es an der Zeit, Vertrauen zu vermitteln und Argumente für den Kauf zu liefern. In dieser Phase fällt die Entscheidung für einen Anbieter. Die Liste an potenziellen Anbietern steht fest. Gegebenenfalls werden jetzt Stakeholder in die Entscheidung mit einbezogen. In der vierten Phase ist es wichtig, den Dialog und die Bindung zum Kunden aufrechtzuhalten und dass man sie stärkt. In der Bindungsphase sind Interessenten durch die Nutzung des Produkts oder die Dienstleistung zu zufriedenen Kunden geworden und bleiben aus Überzeugung weiterhin mit dem Unternehmen in Verbindung. Wie ist die Bindung? Das Ziel der letzten Phase ist es, dass euer Unternehmen Raum für die Botschaften des Kunden entwickelt und geeignete Inhalte entwickelt. Der Kunde erzählt in dieser Phase von seinen Erfahrungen und empfiehlt die Lösung Interessenten mit ähnlichen Problemstellungen. Um seine Erfahrungen zu teilen, benötigt er passende Inhalte oder Plattformen, die dazu anregen. Du möchtest mehr zu dem Thema erfahren? Dann schau auf unserem Pepper-Blog vorbei und lerne zusätzlich, welche Kontaktpunkte sich für die einzelnen Phasen am besten eignen und abonniere unsere Newsletter, um keine Marketing-News mehr zu verpassen.